Ich hab da nen nervigen Silencer. Und noch wen. Aber? Ich meinte beim Turm. Ach, wieso kann ich das nicht? Achso, warte mal, was ist das Weltgrund? Was ist das hier? Das war zu Sider 1. Aber in die Ulti will ich auch nicht reinrennen. Nee, da solltest du auch nicht reinrennen. Das kann gut Aua machen. Das ist auch keine Ulti. Seine Ulti ist halt seine Items zurücksetzen. Er hat nen Refresher Orb mit im Grunde. Für Items. Für alles. Für seine Skills und Items. Echt? Mhm. Deswegen kann er den Refresher Orb doppelt benutzen. NEIN! DOCH! Ich hab grad dieses Weckle gesprungen noch. Dennis, Dennis, ich wär mit. Totally worth it. Ach, die anderen kannst du haben. Hast du ihn noch gut genutzt, bevor er... Wärst du eigentlich Mitte hinterher gesprungen, wenn er jetzt... Ich wär hinterher gesprungen. Hahahaha, scheiße. Ich hab überlegt, ob ich noch Netherstrike oder so. Wär das wert gewesen, dann in der Baseball ihn zu landen für den Kill? Ja, aber richtig. Hahahaha. Mich hätt man ja das Weck auch noch gemacht. Nur das nimmt man mit. Weil das hat nur so Pling gemacht und tot. Der sagt da wahrscheinlich auch so, jetzt sei durch, sei gechannelt, sei gechannelt, sei gechannelt. Da schreibt einer auf Facebook, ne. Ich werd irgendwie immer dicker, ne. Schreib ich aus Spaß schwanger drunter. Schreibt sie mich grad privat an. Ach du Scheiße, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Hahahaha. 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 Also... Soll ich? Wir können ruhig. Also, wenn... Sollte man dicker werden, ne. Dann ist es, glaub ich, schon zu spät, sich darüber sorgen zu machen, ob man schwanger ist. Der arme Tinker, ey. Er weiß noch nicht was... Oh! Komm schon! Oh nein, der ist in der Welt! Abbrechen. Ob er's wohl wusste? Ob er wohl gewordet hat? Ich weiß nicht. Er hat einfach nur lang genug gepusht und hoff ich's halbe. Ja, das kann natürlich auch sein. Play Dark Souls, they said. It would be fun, they said. Ja. Ja. Äh, ja. Hm. Ja, die setzen da unten alle. Wenn du alleine rumläufst, dann... Ja. ...kippt's immer auf der Fresse, da kann man nix mehr machen. Halt dich an, an Huska oder so. Oh, wobei der ist auch tot. Hahahaha. Halt dich nicht an Huska. Wie, wir chillen hier mal im Wald. Am Secret. Oh, da ist ne Invis. Ich dachte wir holen uns erstmal den da hinten. Den da hinten. Den du jetzt alarmierst, weil du an die vorbeichargt. Die dich stunnen. Wo ich rausplatze, ihn slowe. Du jetzt dustest oder auch nicht. Warte, 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 warte. Bleib da, bleib da, bleib da. Ich, ich bleib da. Ich versuch hier zu bleiben. Ich nicht. Warte, 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 warte. Ich kann das noch gegen reggen. Ich kann das noch gegen reggen. FICK DICH! FICK DICH! FICK DICH! DICH sterben! FICK DICH! Ah, BITCH! Das war sogar geplant! Oh, Mann! Oh, Mann! Das war ein Aoe Stuckl! What? Wie viel Schaden was machen?! Werden wir nicht hinterherrennen dürfen? Tid um Kunker... Ich verstehe nicht, was Tinka immer denkt... Ah, Tinker? Der denkt so einiges. Der denkt gar nicht! Ahhhh... Fick dich, Mario. Lösch das Spiel! Klar, für den Cool dann verbraten, ey. Ja! Natürlich! Das war so assi, ey. Ich dachte nur so arg cool. Oh, ich krieg'n Kill! Bam! Klappt schon das zweite Mal. Ehm... Oh. Komm mal lieber zu euch. Let's go? Alter, ich brauch's wohl lange? Los! Ah, wieso hilft mir denn keiner?! Egal, eins für vier. Ist in Ordnung. Oh fuck, scheiß Turmau noch auf mich natürlich. Ahhhh... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich habe dafür die Ulti verbraten, totally worth it. Max war noch tot. Ja, ich bin in 9 Sekunden und kann dann auch direkt rein. Dann muss man zurück laufen. So, ich habe jetzt mein Scepter fertig. Hallo Viper! Deny, 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 Deny. Jetzt kommen diese richtig dicken Ololo Jumps. Wieso willst du mich denn da? Nein! Ich deny, Nein! Hallo? Deny dich doch nicht. Ich ja nie. Ich habe vergessen mein Armlet vorher anzumachen, scheiße. Oh, 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 ich denke noch nicht. Ach! Ich bin gerade verschwunden immer, wenn ich klicken will natürlich. Wie immer. Oh, wer portet da hin? Ah, Tinker. Tinker hat Ferble Boots. Dacht ich mir. Klar. Das war eines der ersten Items, was Tinker sich holt. Würde sagen, würde schon. Ich fange mir die abdrücken. Los, Muska! Ich fange mir die abdrücken. 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 Wie bist du jetzt? Ach, am Schiff bist du verreckt? Ja. Ich wollte noch ausweichen, das ist zu schnell. Oh, dankeschön. Heilt er mich, was überhaupt nichts bringt. Aber mich heilt er, das bringt was. Gott, heilt das langsam. Habe ich wieder zwei Kills bekommen. Ob die Runde nicht so glückwieder mit den Kills? Ah, hier ist natürlich wie immer ganz viele. Einer sollte mal kehren dort. Und sich den dicken Farm abschrauben. Ich bin noch ein bisschen tot. Sonst hätte ich gern Farm. Ich bin schon Level 17. Oh, Muska ist sogar 19. Das Arsch. Ich will so richtig dicken Farm haben, bevor ich rauskomme. Damit wer klaut. Komm mal, Marc. Ja, ja. Also, ich erscheine. Ja, war mir schon klar. Weil kommen bist du schon lange nicht mehr. Du Schwein. Boah, das sagt man nicht so. Top. Sag mal! Teilen zerbrockt? Komm, hüp rein. Lotte. Marc, du hast zu langsam. Nicht durch Roshan chargen, bitte. Danke. Warte mal, ob ich nochmal... ...wischen kriege. Kierak. Oh, unten ist Stress. Und unten ist sehr viel Stress. Da komm ich leider nicht so schnell hin. Oh, ich bin tot. Das kann ich nicht machen Und Oh man, wie viel gestunt man immer ist bei denen Ja Huska ist leider nicht mit Komm schon Huska Komm schon Hätten wir vorher angreifen sollen und nicht weglaufen Scheiße, wenn man nicht alle im TS hat Ja, kann dann echt immer fatal sein Mit Huska hätten wir bestimmt ein bisschen mehr was gewissen Ich habe dafür den Tau-Tau-Tau-Tau-Turm kaputt gemacht Kann direkt reinspringen Tinker ist da Hallo Tinker Auch den wollte ich mir Bitte Hol mir mal den Farm Ich kann mich hier einmal kurz am Shop anhalten Den Farm von 76 Gold Ah, guck mal Ja Was war das? Ach, Radian, äh Ein Courier Nö, da sind aber ganz viele da oben Da gehe ich nicht hin Ich gehe da oben hin Gut, dann komme ich mit Ich kann jetzt in 30 Sekunden reinspringen Weil ich habe meine Ulti Ich habe zwölf Sprünge Ich habe meine Ulti Ich bin endlich meine Schuhe Ach, der hat das abgehauen Der echte Ja, der ist unsichtbar geworden Shadow Blade Okay, dann hole ich mir doch gleich mal Dust Das nervt ja Ein bisschen, ja Oh, ich kann reinspringen Dennis Ja Dankeschön Mitte sind zwei Mitte Okay, ich habe einen Bug gefunden Was? Siehst du die Leuchtedinger vor deinen Füßen? Ja Ja, das ist, weil mein Armlet an war Und ich in dich reingegangen bin Das sind meine Hände eigentlich Wieder weg Jetzt weiß ich in welche Richtung ich gucke Wenn ich rausplatze Unten wäre Tinker und Ah, zu dritt unten Ja, da wären wieder alle Wahrscheinlich Das ist nicht schlimm Nicht hochschauen Doch Oh Durchmächte, oder? Oh, scheiß drauf Stärkt Dreh immer Oskar ist am besten damit Genau Yay Pfff Hm Hm Wie leid Acht Sekunden Ich war davon nicht so beeindruckt Ich bin nur froh, wenn der Silencer immer stirbt Ja, der ist der unangenehmste vorne Lass mal nach oben, lass mal nach oben Ich push hier weiter Ja, ich bleib auch da Der will porten Er portet Ja Wohin? Na, Base Der war Oskar ist Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Okay.